Er hat echt wenig gegessen, ne? Also wenig bis gar nichts. Man nennt ihn Storpioni, Macaroni, Cheating, Tartelloni. Dong, dong, dong. Drei Schüsse, drei Headshots. Wahnsinn. Und die Pokernacht wurde auch verschoben. Normal um 20 Uhr. Ah, oh Gott, wenn er jetzt noch einen Headshot macht, Leute, macht das jetzt schon mal. Kümmert euch drum. Um die Klippung. Fünf Headshots, Alter. Richtig krass, Mann. Ach, du Scheiße. Fünf Schuss, fünf.